Einen wunderschönen guten Tag, liebe Leute. Herzlich willkommen in meinem neuen Video. Ich werde euch heute super coole Serien empfehlen, die ihr noch nicht kennen könntet. Fangen wir an mit der allerersten Serie, The Good Doctor. Spannende medizinische Notfälle, OPs, interessante Erkrankungen, noch interessantere Lösungswege. Man kriegt mich ja auf jeden Fall mit so Medizinstuff, Leute. Das ist absolut mein Thema. Ich fand auch Dr. House super. Und wenn ihr auf Dr. House steht zum Beispiel, werdet ihr die Serie auch lieben. Es geht so ein bisschen in die Richtung Dr. House mit dem riesengroßen Unterschied, dass der Protagonist ein junger Assistenzarzt ist und gleichzeitig Autist. Er hat also nicht nur generell als Assistenzarzt schon Probleme und Herausforderungen. Er wird gerade anfangs auch nicht akzeptiert oder für voll genommen und aufgrund seiner Erkrankung anders behandelt. Es stellt sich auf jeden Fall heraus, dass der junge Assistenzarzt einiges auf dem Kasten hat. Natürlich sagt der Protagonist hier und da aufgrund seiner Erkrankung unangebrachte Dinge, weil ihm das Empathievermögen fehlt. Es geht also einerseits um die Frage, kann ein Autist ein guter Arzt sein? Und andererseits werden unfassbar viele andere Dinge behandelt. Unter anderem die Lebensgeschichte von Sean, dem Protagonisten, bei dem auch in der Vergangenheit sehr viele Dinge vorgefallen sind, die sein heutiges Verhalten teilweise erklären. Alles in allem, Leute, wenn ihr Dr. House mögt und auf solche Serien steht und gerne miträtselt und auch dieses medizinische Wissen interessant findet, ist es eine Serie für euch. Kommen wir zur nächsten Serie, Fünffache Rache. Es lernen sich fünf Mädels kennen. Ich möchte nicht sagen, liebe Leute, eventuell lernen sich diese fünf Mädels in der allerersten Folge in Cancun kennen. Ich wollte es nur mal sagen. Es trübt in keinem Fall mein Urteilsvermögen, liebe Leute. Diese Serie fällt volle Kanne in meinen Beuteschema, liebe Leute, in meinen Serienbeuteschema. Ich liebe spannende Serien, wo man Geheimnisse hat und Rätsel zu lösen hat. Wo man spekuliert und wo man nicht genau weiß, boah, wer hat jetzt was gemacht? Wieso ist XYZ passiert? Und genau so eine Serie ist das, liebe Leute. Die fünf Juanas, die sich kennenlernen, die fünf Mädels heißen nämlich alle Juana, stellen fest, dass sie neben ihres Namens tatsächlich noch eine weitere Gemeinsamkeit haben. Sie haben alle dasselbe Muttermal. Ist das Zufall oder haben sie etwas gemeinsam? Was verbindet sie, wenn sie doch so unterschiedliche Menschen sind? Die Unterschiede könnten nicht größer sein. Die eine ist zum Beispiel Stripperin in der Serie und die andere Nonne. Sie haben also komplett andere ethische Vorstellungen, andere Berufe und charakterlich könnten sie nicht verschiedener sein, Leute. Jedenfalls wird dann angefangen in der Serie richtig tief in der Vergangenheit zu wühlen und zu graben, so lange bis man auf das eine oder andere Geheimnis stößt. Definitiv eine Serie zum Miträtseln und zum Spekulieren, die ich euch ans Herz legen kann, wenn ihr auf solchen Typ Serien steht. Liebe Leute, das ist die erste polnische Serie, die ich euch jetzt ans Herz lege und ich feiere sie total. Sie heißt Sexify. In der Serie Sexify gibt es eine Protagonistin, welche an der Uni studiert und einen Technikwettbewerb gewinnen will. Sie will ihn gewinnen, weil das ganze Studium dran hängt und sonst ihre ganze Arbeit umsonst war. Als sie Feedback zu ihrem Projekt bekommt, welches übrigens eine Schlaf-App ist, sagt der Dozent, es ist unfassbar langweilig, sie wird niemals damit gewinnen, sie braucht irgendwas Neues. Dann hat sie sich entschieden, sie wird alles umkrempeln, eine komplett neue App starten und hat sich schlau gemacht. Was interessiert die Menschen von heute? Sie hat herausgefunden, dass alle anderen Studenten nur über Sex und Orgasmen reden. Dann hat sie sich gedacht, okay, ich entwickle jetzt eine App, alle Frauen sind unzufrieden, wir müssen doch irgendwie den Orgasmus verbessern und revolutionieren können oder etwa nicht. Das Ding ist, dass sie selber gar keinen Plan von diesen ganzen Sachen hat. Diese Serie, liebe Leute, ist unfassbar lustig. Ich habe so viel gelacht, ihr könnt es euch nicht vorstellen. Falls ihr jetzt Polnisch-Muttersprachler seid, würde ich euch empfehlen, auf Polnisch zu gucken. Es war so lustig, es war so lustig, liebe Leute, ich kann es euch nur empfehlen. Auch auf Deutsch ist es ziemlich lustig gewesen. Ich habe dann auch nochmal ein paar andere Menschen gefragt, die mir auch gesagt haben, mega, mega lustig. Die nächste Serie, die ich euch gerne vorstellen möchte, ist zum Mitraten, zum Miträtseln und Mitdenken. Wer hat Sarah ermordet? Sarah ist tot, so viel steht fest. Der Mord an Sarah wird ihrem Bruder in die Schule geschoben. Stimmt das? Er behauptet felsenfest, er war es nicht. Er leitet alles in die Wege, um das zu beweisen. Gerade am Anfang der Serie geht es darum, wer Sarah ermordet hat. Das ist das Hauptthema. Doch die Serie wird tiefgründiger. Anfangs ging es darum, wie konnte es dazu kommen, wer ist der Schuldige, was ist passiert. Doch die Serie entwickelt sich, liebe Leute. Die Serie bringt mit der Entwicklung auf jeden Fall die Zuschauer an seine Grenzen. Der Zuschauer wird gezwungen, Sarah als Person zu hinterfragen. Was für eine Persönlichkeit hatte sie? War sie vielleicht mit Schuld an dem, was passiert ist? Was hat sie ausgemacht? Was für eine Vergangenheit hatte sie und die anderen Persönlichkeiten? Ich kann euch nicht mehr sagen, liebe Leute. Nur so viel, es ist unfassbar spannend. Man will einfach nur noch wissen, was passiert ist. Und einem werden immer so Fetzen zugeworfen, dass man sich selber eine Theorie aufstellt. Dann spekuliert man, wenn man die Serie mit anderen schaut, dann diskutiert man und debattiert man. Boah nein, der und der war das. Nein, die und die. Nein, das und das ist passiert. Aber was, wenn XY passiert ist? Unfassbar spannend. Super gute Serie zum Zusammenschauen. Kann ich nur empfehlen, liebe Leute. Meine letzte Serie, die ich euch gerne empfehlen würde, ist das Damen-Gambit. Es wurde mir so oft empfohlen, ich dachte mir so, ja, keine Ahnung, es spricht mich irgendwie noch nicht so ganz an. Ich weiß noch nicht. Dann habe ich es so vorsichtig auf meine Liste gepackt, habe es mir dann irgendwann angeschaut und war hin und weg. Die Serie ist unfassbar gut gemacht. Selbst wenn man kein Schachfan ist, kann die Serie einen mitreißen. Jetzt habe ich schon gespoilert, ne? Beth ist die Protagonistin in dem Drama, in welchem es auch sehr viel um Schach geht. Beth ist in einem Waisenheim groß geworden, weil ihre Eltern gestorben sind. Die Serie spielt ein paar Jahrzehnte in der Vergangenheit. Das führt dazu, dass es im Heim früher noch anders ablief und man in der Serie den Kindern Betäubungsmittel gab, damit sie ruhig gestellt wurden. Bei Beth haben die Pillen ein bisschen anders gewirkt. Sie ermöglichten ihr eine komplett neue Sicht auf alles. Als sie dann zufällig angefangen hat, Schach zu lernen und zu spielen, haben die Pillen ihr geholfen, viel besser zu werden. Irgendwann wurde sie adoptiert und sie wurde größer und irgendwann noch erwachsen. Alles, was in der Serie passiert, hangelt sich an dem Schachthema entlang. Keine Sorge, ihr müsst kein Schach können, um die Serie zu schauen und zu genießen. Im Bethes Leben geht es drunter und drüber. Auch hier kann ich euch nicht mehr verraten, weil alles andere ein Spoiler wäre. Nur so viel, es geht drunter und drüber, es geht sehr viel um Schach. Und es geht auch sehr viel darum, was aus Bett geworden ist. Was ist mit dem Pillen, was ist mit dem Schachspielen, was ist mit der Adoptivfamilie. Es werden sehr viele verschiedene Themenfelder behandelt, welche aber tatsächlich unfassbar gut auf Schach aufgebaut sind. Also Leute, ich kann es euch nur empfehlen. Die Serie ist verdammt gut gemacht. Das waren tatsächlich jetzt schon meine Lieblingsserien. Ich hoffe, da war irgendwas dabei, was ihr noch nicht gekannt habt. Ich wünsche euch einen super schönen Abend. Also ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass ihr Abendserien guckt. Und deswegen wünsche ich euch einen super schönen Abend, an welchem ihr einen Serienmarathon startet, liebe Leute. Ich brauche euer Feedback. Ihr müsst mir unbedingt sagen, wie ihr die Serien gefunden habt und was sind eure Favoriten. Schreibt mir gerne in die Kommentare, was eure Lieblingsserien sind und was ich mir demnächst anschauen kann. Habt einen schönen Serienmarathon.